Ich habe jetzt schon keine Ahnung mehr, wo es heim geht. Warte, was liegt denn da? Das ist ein Schwert. Ich glaube, ich habe jetzt 5. Boah, fucky, wo geht's denn heim? Wo geht's denn heim? Warte, ich muss da wieder zurück. Ich muss da zurück. Okay. So. Da ist noch ein Blast. Da ist noch eins. Okay. Hat aber leider kein Strop getropped. Fuh. Machen nicht. Lass doch ein Knochen für mich da. Das ist ein normales Gelett. Ja, komm mal, komm mal. Soll ich dir Brügge bauen? Ja, komm, hier. Okay. Ach, schon wieder keins. Alles gut. Alles gut. Okay, passt auf. Ich glaube, von hier kamen wir. Ne, warte, wir kamen von hier. Von hier. Von hier. Da ist ein Magma-Kräm. Ein Magma-Kräm. Kommt zu Papa. Was? Wo? Nein, wo ist Magma-Kräm hin? Oh, du scheiß Magma. Achso, die überleben das, ja. Da ist schon wieder ein Skelett. Komm, komm zu Papa. Wo ist du? Hier holen. Magma-Kräm, Magma-Kräm. Äh. Äh. Ich lege die jetzt da. Da, cool, ja. Wer braucht sowas? Komm schon, gebt mir einfach... Oh Gott, da nicht runterfallen. Gebt mir doch einfach Widow-Skelette, alter, ohne Scheiß. Ja, okay, flieg halt runter. Warum spawnt hier nix? Jetzt komm, geh, wie... Alter, ich wollte gerade in den Zombie klagen. Alter. Wo geht's denn hier hin? Hier geht's noch weiter. Nee, der Warze, nee, der Warze. Achso, ich hab ja hier welche daheim. Okay, ich will nicht wissen, was der macht. Puh. So, ich lauf jetzt einfach hier oben rum. Einfach, weil ich's kann, ja. Nicht, weil's mit Absicht ist, sondern weil ich's halt kann. Spawnt, glaubt, nichts mehr, ja. Ich guck mir noch mal kurz nach. Im falschen Buch natürlich. Näää. Näää, Mama. Wie viel sollt ihr die Knochen mehr überhaupt brauchen? Hier. Heals, one hurt per bone. Okay, das ist jetzt schon mal fünf Herzen. Okay, das reicht eigentlich. Das reicht vollkommen. Okay, jetzt eine Frage. Wie komm ich hier raus? Tja, ni more. Okay. Ich hoffe, ich find... Boah. Ich hoffe, ich find heim. Aber... Soweit mein Sinn reicht, muss es eigentlich noch gehen. Denn sehr weit war's ja nicht weg. Jetzt müssen wir nur noch hier hoch... Irgendwie kommen. Hm. So, 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 so. Und dann hierzu... Da ist noch eins, da ist noch eins. Äh... Nicht wegschmeißen. So. So. Aber warte, 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 ich weiß noch was. Ging's doch noch... Hab ich hier nicht irgendwo mal einen Gang gegraben? Oh, oh. Hab ich... Warte, warte, ich hab doch hier mal einen Gang gegraben. Naja, wer sagt's denn? Ich brauch Licht. Und da kam ich doch mal irgendwann... Oh, auf diesen... Genau hier. Naja, guck mal, wie gut meine Erinnerungen sind. Hä? Was sagt er jetzt? Hier, das auch. Was ist denn das? Oh, pfff. Ardite. Warte, war der Ardite. Porn, Mama. Wir brauchen Ardite. Die Holzform, die bräuchte ich, glaub ich, nicht mehr. Okay, ich glaub, da kam Lava. So. So. Also, wie dumm kann man hier eigentlich bauen? Ohne Spaß. War ich da betrunken, oder wo ich das gemacht hab, oder? Warum ist das so? Momio, wie weit geht's nach oben? Ich glaub, da ist Sand, gell? Gut, äh, haben wir einen kleinen Ausflug gemacht. In den Nitor. Und dann... Und dann... Ich will dich nochmal kurz gucken, was wir noch brauchen. Ähm... So. Ähm... Was war das nochmal? Ah, okay. Ähm... Quarz. Das da... Und die... Knochen, alles klar. Quarz. Äh, Quarz, Mama. Kann ich doch hier zu so'n Ding machen, gell? So.